eben jetzt schon da kann man nicht lang großartig und weidung in der näher in der dünnen hier raus und dann gesprächungszimmer ach du scheiße wir sind sowas noch tot den irgendwie ablenken jetzt so im arsch so das büro kommen wir da auch lang das thema abspeichern auch wenn es gerade kritisch aussieht den wagen würde ich gerne behalten ok kommen wir erstmal in die bibliothek wäre glaube ich die idee das rätsel lösen ich brauche dringend teilung ja großartig jetzt getroffen werden sind wir am arsch gut das sind falsch richtung laufen dann das sind zwei von denen ach geil gutes gespräch jetzt habe pfuch ach du scheiße ach du scheiße jetzt kommt die hier wieder so jetzt ein und ich kann es sofort benutzen ja 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 das ist ja viel weiter jetzt besprechen wir uns zum pflicht flüchten dann zurück zum empfang und dann erstmal in die bibliothek nein die andere türe dann und auch noch leute geil hier hat man ja seine ruhe schau scheiße zum blick kann man gerade heilung befressen schnell weg hier dann mal besprechen wir doch in die bibliothek ich hoffe der wartet das nicht in der bibliothek von uns ich das kenne leider schon und das darf man können wir da jetzt auch das andere zu lösen ok wir machen das jetzt am schlimmsten und das wahrscheinlich noch ein bisschen weiter drüben machen wir die hier noch ein bisschen dann haben wir uns den weg durch ruhe gewarnt dafür brauchen nicht noch die netzten großartig kommen wir jetzt hier lang ok zum uhrenturm das ist großartig da wird nur hin ich habe keine ahnung was mich dort erwartet aber ich weiß noch dass der uhrenturm da war was wichtig ist die vertreibung ach du scheiße die sterben da ist mein messer bei dir nicht natürlich nicht ich meine ich eine granate in der mund geschoben Lagerung fest Irgendwas Reparaturplan Wir haben einen speziellen Spezialisten für den Reparatur und die Informationen folgen Gut, dass wir dann die Kurbel mit dabei haben Denk eine Kurbel Im Moment wissen wir jetzt wie man hinkommt Nein, Weg freigeschaltet Das ist immer Boom Schießpulver Groß Ah ja Dafür sind wir in dieser Gasse Aha, hier ist die andere Lage zum Lagerung West Gehen wir mal zum Lagerung Ost Da ist auf dem Balkon noch mehr Heilung Ich finde, wir nehmen mal die Kurbel mit Wir haben eine Kurbel, ich weiß bloß nicht, ob die hier reinpasst Bleibt gegen Und hier wird das Licht ausgeschaltet Nein, der kommt wohl von der anderen Seite nicht durch Wir können hier eh nichts machen Das ist eine Granate Hier können wir durch Balkon Hellung Wir haben gerade glaube ich nicht so drin nötig, aber Schönes dabei zu haben Und zur Verletzung Da müssen wir dann Da müssen wir noch x getroffen zum ersten mal da sind wir nicht nur mit zoom das wird knapp gewonnen mit nur einem so hier kommen wir jetzt in die hauptalle durch das büro und dann da hoch ach scheiße nächste hauptalle ab zum büro einmal speichern hatte ich für wichtig wenn wir schon mal hier sind falls verledigt werden so dann da müssten diese schlangen reptilien und viecher sein jetzt habe ich auch mal ab aus jetzt hab ich auch ab so stars büro geht es durch die dusche so stars büro geht so stars büro geht so spielung auf der munition ist dabei rief an die stars mitglieder an meine lieben stars kameraden und löfte es bei euch auf der station müsst ihr euch immer noch mit den alten einwand schlagen ich komme gerade von einem heißen date ihr könnt euch sicher vorstellen was wir unter jungen regen schon getrieben haben das fantastische monate und da schilder und klärversuchen sollte sich zu benötigen richtiger bitte aus das das ist mir geht es aha ok das ist noch ein kombinationsschluss da ist noch ein mission zur wäschekammer wollten drei schuss sind da drüben die kammer aus irgendeinem kund noch nicht gewöhnt ist wohl noch was zur wäschekammer irgendwas übersehen hier äh es gibt es nicht kombiniert so ein ist so wäschekammer ist dort liggen Okay, man. Okay, man, so... Okay, das kriegen wir hin, das ist bestimmt was Nützliches drin. Okay, fangen wir mal oben links an, das ist die 1, dann kommt als nächstes die 2. Okay, 1, 2, 5, 6, dann kommt die 3. 2, 3, 4, 5, 6, die 7. Dann kommt die 4. Okay, 8. Da müssen wir schon einmal rum sein. So, 1, 2, 5, 6, 3, 7, 4, 8. Genau so. Was haben wir drüben? Oh, Knopf. Und können wir, naja, Sachen. Und die Sachen im Dings finden. Okay. 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 Kann man den Aufenthaltsrollen jetzt von dieser Seite aus in der Bibliothek. Und jetzt zum Schluss. Fischkammer jetzt aufgrönt. Okay. Okay. Wenn wir im Dings finden können. So. Okay. ich in die hauptteile zurück zu kommen sehr schön da man meinen weg freigeschaltet es ist so seltsam gut mir ist gerade das herz stehen geblieben weil der leute das könnt ihr doch nicht machen wenn mein nachbarn gerade in der nachbarn stampft körper sich offen ich habe ich habe es gut gedacht jetzt wieder live äh zu schwede zum unteren sollten wir also mal zwar hier zweite etage über die bibliothek alles klar hoffen dass mr x nicht auf den plan tritt schaum und die kurve die wir haben das ding dass die man das benutzen wahrscheinlich nicht weiter die große frage welchen was brauchen wir hier für rüstiger lagerraum da muss ein zahnrad drin sein mhm 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 ok da sind wir ja durchgerannt dann hat schon mal nochmal rüber mit Mr. X schafft es hier nicht hoch Ach du Scheiße Und kein Schuss mehr Ich habe ja auch die andere Waffe genommen Ah das ist das Zahnrad Und das war das wie sie braucht zwei stellen dafür verdammt Kurz und schnell wann haben wir den das letzte mal gebraucht Ich werde es bereuen wahrscheinlich den weg zu geworfen zu haben aber den wirklich nicht gebraucht Jetzt sollten wir da mal wieder zurück Schön dass das zwei Inventarbe jetzt weg nimmt Wollen wir das wieder mitnehmen Wollen wir das wieder mitnehmen Braucht es vielleicht noch Der wird noch verloren Und wo ist jetzt hier die Leiter Ach hier Ich bin jetzt ein kleines Zahnrad Oder wie Uff Bin ich wieder dumm genug Heilung wegzuwerfen oder Lass das große Zahnrad auch immer stecken Lass das große Zahnrad auch immer stecken Nicht dass das dann hier hochgeht und dann wird das Nicht mehr wiederbekommen Ok fantastisch Soviel dazu Wir können es nicht wegwerfen also werden wir es noch brauchen Das können wir auch nicht wegwerfen Scheiße man Ah da verbrauchen wir das Ah da verbrauchen wir das Ok was passiert denn jetzt Es dreht sich nur wieder Es dreht sich nur wieder Ich komme hier um die Uhr läuten Ah die Glocke läuten Und da waren wir das Kampf Das muss dabei Es ist doch Ah da war das Elektronik Teil Hoffentlich muss ich darüber keinen Bericht schreiben Hat mich das jetzt nicht hin alarmiert Hat mich das jetzt nicht hin alarmiert Der Bericht schreiben ist jetzt seine größte Sorge Damit sollten wir jetzt ganz schnell zurück in die Garage Tief Garage Wie kommen wir hier nochmal runter Zählen wir Ja genau Hier müssen wir was reinsetzen Hier geht eine Treppe runter Wie könnte es das sein Die Zolle sind hier weiter Ach so ganz oben Dann erstmal runter Dann Komm 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 Das war's für heute. Das müssen wir hier mal rüber. Speichern wäre mir jetzt relativ wichtig. Ich habe unseren Freundes X da nicht mehr gesehen. So, jetzt hier lang und dann rum in der Wache und dann drittend lang. Irgendjemand hat hier noch unser Messer. Ach der Scheiße. Stimmt, hier sind die Fenster offen. Oh, das ist Messer. Oh, das ist Messer. Oh, das ist Messer. Oh, das ist. Ich glaube zwar nicht dran, dass wir da jetzt irgendwie, dass wir da jetzt tatsächlich das Tor öffnen können. Oh, der Versuch ist wert. Ja, der 10 Block. Da stehen doch alle wieder offen, wenn wir jetzt was in Gang bringen. Dann müsste X oder so was von sich auch hier vorbeikommen. Okay. Muss man das Rätsel hier mal lösen. Oh. So. 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 Mh mh. Mh mh. Ah, das ist gut, guys. Mh mh mh.